Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Borussia Mönchengladbach empfängt im DFB-Pokal-Viertelfinale morgen den BVB und alle Infos zum Spiel nach dem Intro. Ob er alle da? Ja! Nein! Ja! Ehrlich! Hallon! Ja, die Themen der Woche. Die Woche ist noch jung, aber es ist ein bisschen was passiert. Richtig, und darüber sprechen wir jetzt. Genau, in erster Linie hat der BVB gegen Bielefeld gewonnen mit 3 zu 0. Und wer hat es getippt? Ja, Toxi hat es richtig getippt. 3 zu 0 angesagt, 3 zu 0 ist auch eingetreten. Ja. Dementsprechend können wir uns alle fröhlich sein, auch über das zu 0. Definitiv. Bielefeld auf jeden Fall ein Tor verdient gehabt hätte mindestens. Die haben nicht so schlecht gespielt, wie das Ergebnis vermuten lassen würde. Genau. Ja, ansonsten. Ja, haben wir einen Nachfolger gefunden für Michael Susi Zorc, unseren aktuellen Sportdirektor, denn 2022 übernimmt dieses Amt Sebastian Kehl. Genau. Der konnte seit anderthalb Jahren schon über die Schulter gucken vom Susi und da das ein oder andere mitnehmen und sich vielleicht den ein oder anderen Tipp und Trick abgucken. Unter Garantie, denn Michael Zorc hatte dieses Glück damals bei seinem Amtsantritt nicht. Er wurde sozusagen nach der Profikarriere ins kalte Wasser geworfen. Deswegen, ob er denn der Richtige ist, der liebe Sebastian oder nicht, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare nochmal. Bei Instagram haben wir euch ja auch schon gefragt, wie ihr dazu steht. Aber ich glaube, die Vorzeichen für einen guten Job sind durchaus positiv. Genau. Ansonsten, ja, nach dem Spiel gegen Bielefeld hat Mats Hummels sich geäußert zu Jadon Sancho und hat auch dort gesagt, Jadon Sancho, ja, das kommt nicht von ungefähr, dass er in den letzten Wochen immer besser wird. Die Einstellung hat sich anscheinend bei ihm etwas verändert. Er geht zusätzlich zum Training auch mal ein bisschen pumpen, geht laufen. Schon um halb sechs morgens, hat er ja bei Instagram, glaube ich, mal uns mitgenommen live. Und ja, man merkt es auf jeden Fall auf dem Platz, dass da die Einstellung nicht nur bei ihm, sondern auch bei der ganzen Truppe sich etwas gewandelt hat. Und dementsprechend kommen auch die Ergebnisse zustande. Und das haben wir uns ja schon seit Ewigkeiten gewünscht. Langsam begreifend ist es anscheinend, Jadon Sancho wurde von der Kamera vor dem Bielefeld-Spiel auch noch mal in einer Aufnahme eingefangen und wurde dabei beobachtet, wie er her BVB mitgesungen hat. Also, Stimmung anscheinend gut, Bock haben sie auch alle. Bitte, Jungs, macht weiter so. Genau. Wir haben eben schon gesagt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und um den nächsten Gegner, der morgen auf uns wartet, schauen wir jetzt. Ja, der kommende Gegner, Borussia München-Gladbach im DFB-Pokal-Viertelfinale. Morgen 20.45 Uhr, ab 20.30 Uhr sind wir live auf unserem Kanal mit der Live-Reaction, mit dem Live-Talk mit euch zusammen, mit der Pöders-Bande, schauen wir uns das Spiel an. Ja, richtig. Ja, Tabellenplatz 9 steht da momentan bei der Borussia aus Gladbach mit 33 Punkten zu Buche. Aber direkt vorweg genommen, morgen ist ein K.O.-Spiel und deswegen wird die Tabelle wenig Aussage haben, denke ich mal. Borussia München-Gladbach unter Marco Rose, deswegen auch noch mal ein frisantes Duell, weil Marco Rose auf seinen zukünftigen Arbeitgeber trifft und dem wehtun kann, indem er uns rauskegelt. Er steht natürlich besonders im Fokus, der gute Mann, aber ich glaube, der wird nichts umversucht lassen, um eben in diesem K.O.-Spiel eine Runde weiterzukommen. Borussia München-Gladbach steht unter ihm ja auch für offensiven, leidenschaftlichen Fußball und genau den werde ich erwarten. Sie haben vorne natürlich mit Führeram auch körperliche Präsenz, einen guten Abschlussspieler in ihm. Christian hat es mir im Vorgespräch auch noch mal gesagt und ich konnte es nur bestätigen, gute Vertikalbälle, die sie spielen können. Ja, diagonale Bälle, Pässe in die Spitze, schnelles Umschaltspiel. System, taktische Anpassungen können sie relativ zeitnah vornehmen. Genau, spielen zwei, drei Systeme pro Spiel, da müssen wir auf jeden Fall wach sein, aber da gehen wir gleich näher drauf ein. Auf jeden Fall ein unangenehmer Gegner, den wir da bespielen müssen, aber die Floskel kennt man, wer den Pokal holen will, wer nach Berlin will, der muss sie alle schlagen. Ja, und ich hoffe, das tun wir auch. Ja, es gab auch eine Pressekonferenz und zwar heute und da schauen wir jetzt mal drauf. Genau. Und wie man das vom BVB so kennt, saßen da Eden Terzic, Michael Zorc und auch natürlich als Direktor Kommunikation Sascha Flegel. Ja, und es wurde schon einige Fragen gestellt. Gar nicht so viel zum Spiel gegen Gladbach. Tatsächlich nicht, nein. Da wurde eigentlich nur gefragt, was erwartet sie. Da klingelt auch mal das Handy. Schande über meine Hauptmauer, schnell mal weg hier. Und da wurde halt gesagt, ja, was wir eben schon gesagt haben, Gladbach auch bei Standardsituationen stark. Wir haben drei Gegentore bekommen im letzten Spiel bei der 4-2-Niederlage. Ist noch gar nicht so lange her. Ja, schnelles Spiel nach vorne. Ja, und ansonsten gab es tatsächlich viele Fragen auch zum Personal und ja, eigentlich zu allen Personalfragen hat sich Eden Terzic sehr positiv geäußert. Es ging um Moda Hut, es ging um Rafa Guerreiro und es ging auch um die Torhüter. Da hat er sich aber nicht zu geäußert. Richtig. Und gerade bei Moda Hut zum Beispiel hat er halt auch gesagt, dass der auch natürlich eine nicht so gute Phase hatte, aber im Trainingsbetrieb sich quasi jetzt wirklich durch Leistung aufgezwungen, aufgezwängt, aufgezwängt sagt man, glaube ich. Ist ja auch egal, ihr wisst, was ich meine. Aber dass er sich wirklich durch Leistung eben angeboten hat für den BVB-Startkader und ja, da hat er auch gesagt, diese Chance, die gibt er jetzt so schnell nicht mehr her. Ne, und das dient ja auch als Beispiel und als Vorbild für alle anderen, die jetzt etwas hinten anstehen und sehen, alles klar, ich muss mir ja nur den Arsch aufreißen, irgendwann kommt meine Chance und dann nutze ich die. Ganz genau. Ja, und Michael Zorc wurde auch gefragt, jetzt natürlich dann auch nochmal offiziell bestätigt, eben zu dem Sebastian Kehl. Michael Zorc wechselt 2022, hat gesagt, naja, für ihn selber kam das jetzt nicht so überraschend. Ja, es wäre schlimm gewesen, wenn er jetzt überrascht gewesen wäre, aber hat das dann sozusagen auch nochmal offiziell bestätigt und hat auch gesagt, dass es bis dahin ja auch nochmal Zeit ist, um nochmal weiter vertrauensvoll und gut miteinander zu arbeiten. Und ich denke, das werden die intern schon regeln. Und die Personallage sieht eben so aus, wie Christian gesagt hat. Man versucht als Journalist natürlich immer alles zu entlocken, aber Edin hat nur müde gelächelt und hat gesagt, also beantwortet er nicht, wer im Tor stehen wird. Aber es ist natürlich so, dass Thorgan Hazard, dann Axel Zagadou die ersten Minuten auch wieder sammeln konnten gegen Bielefeld, dass er froh ist, dass sie zurück sind. Bei Thomas Delaney weiß man nicht so richtig, ob er diesen grippalen, fiebrigen Infekt schon überstanden hat oder nicht. Aber ja, das wird dann morgen das Abschlusstraining zeigen, ob der wieder da ist. Genau. Wir gucken jetzt mal auf die vermeintliche Terzic-Elf. Ja. Ja, und wir gehen davon aus, dass Terzic Hitz im Tor spielen lässt, sich nicht für Bürki entscheidet, sondern den Hitz im Kasten lässt, der er zuletzt auch gut gehalten hat, muss man einfach sagen. Es gibt gar keinen großen Grund zu wechseln. Ja, er hat ja auch gesagt, er möchte auch auf dieser Position oder generell im Kader eine Leistungskultur etablieren. Und er hat es gut gemacht und deswegen gibt es einfach keinen wirklichen notwendigen Wechsel. Genau. Notwendigen Wechsel auf der Innenverteidigerposition sehen wir auch nicht für Terzic unbedingt. Hummels und Can werden da das Innenverteidiger-Duo bilden, genauso wie links Guerreiro. Er bleibt in der Startaufstellung. Ja. Einen Wechsel wird es aber auf der rechten Seite geben. Genau. Und das hinsichtlich des Bayern-Spiels, was am kommenden Wochenende stattfindet. Weil da brauchen wir Erfahrung und da, glaube ich, sitzt Terzic eher auf Munir anstatt auf Moray. Ja. Dementsprechend, um Munir ein bisschen Spielpraxis zu geben, spielt er morgen gegen Gladbach. Genau. Ja, im Zentrum auf der 6. Daru hat es sich weiter verdient. Also wirklich auch wieder eine bockstarke Leistung. Deswegen sehen wir da keine Änderungen. Und ja, Bellingham wird da wieder die Chance bekommen, weil eben Can hinten wahrscheinlich auch gebraucht wird. Und ich glaube, selbst wenn es für Delaney reicht in den Kader, glaube ich nicht direkt, dass er starten wird, weil er eben noch ein bisschen körperlich schwach ist. Ja. Ja, und vorne? Ja, da gibt es eigentlich nur eine Änderung oder Überraschung und zwar, ja, Thorgen Hazard. Gegen seinen Ex-Klub zurück in der Startelf. Ja, und ich glaube, viele von euch wird es freuen. Hazard gilt ja auch so ein bisschen als, ja, unterschätzter Spieler. Ich sehe ihn immer oder wir sehen ihn immer sehr gerne im BVB-Dress von Anfang an auch spielen. Ist ein Spieler, der alles reinwirft, nach hinten wie nach vorne Gas gibt. Und man muss ja auch sagen, die Alternative wäre Brandt, wäre Reiner. Und die haben sich momentan, Achtung, Leistungskultur auch nicht wirklich verdient aktuell. Ja, dementsprechend in unseren Augen bleibt Edin Terzic keine andere Wahl und lässt Hazard von Beginn an spielen. Ja, Reus, Sancho und Haaland bleiben gleich und wir gucken mal, was die Pöhlers denn machen. Ändern wir denn was im Gegensatz zu Edin? Ja, und da kann man sagen, ja. Richtig. Wir bleiben unserem 4-4-2 treu. Wir versuchen das jetzt so lange, bis es der BVB spielt. Wir möchten die Doppelspitze haben mit Haaland, mit Mokoko. Wir fangen jetzt mal vorne an. Stellen aber genauso Hazard auf, ja. Weil Christian hat es ja gesagt, also Brandt und Reiner momentan nicht in der Form, dass sie es verdient hätten. Und wir hatten auch im letzten Livestream darüber gesprochen, da wurde auch gesagt, ja, wenn man im 4-4-2 spielt, Reus ist nicht so der wirkliche Flügelspieler. Muss er auch nicht sein, ne. Deswegen, wir setzen jetzt mal auf Hazard und lassen Reus mal draußen, weil am Wochenende halt das Bayern-Spiel ansteht. Ja, und danach Sevilla. Also wir gucken schon mal auf eine richtig harte Zeit voraus. Genau, dementsprechend Hazard und Sancho über die Außen auf der Doppel-6 ziehen wir Emre Can von der Innenverteidiger-Position nach vorne auf die 6 zusammen mit Dahoud, um einfach nochmal ein Bollwerk da zu haben, mit Emre Can nochmal einen Leader richtig zu haben. Und auf seiner wirklich angestammten Lieblingsposition ist er einfach nochmal mehr wert als rechter Verteidiger oder Innenverteidiger. Genau, ansonsten Guerreiro bleibt hinten links. Wir fügen dann Zagadou hinten ein für Emre Can, der zusammen mit Hummels spielt und bleiben auch auf der rechten Verteidiger-Position, so wie wir eben bei der Terzic-Elf vermutet haben, mit Munier, damit er sich einspielt für das Bayern-Spiel, weil da werden wir ihn brauchen. Richtig, also das ist die Pölers-Elf und jetzt gucken wir nochmal, worauf es denn ankommt, damit der BVB morgen nach eventuell 120 Minuten auch eine Runde weiter ist. Oder vielleicht auch 90. Schauen wir mal, wie lange es denn morgen geht. Genau, darauf kommt es auf jeden Fall an. Das gehen wir ganz schnell durch. Wir müssen den Team-Spirit mitnehmen aus den letzten Wochen. Der stimmt, den müssen wir auch haben, weil es geht nur über das Team. Ja, wir müssen clever verteidigen, weil Gladbach erstens mehrere Systeme spielen kann, deswegen auch am Ende nicht überraschen lassen, wenn sie mal wechseln im System. Wir müssen da hellwach sein. Ja, und der letzte Punkt, den nehme ich dann mal. Standards vermeiden hatten wir gegen Gladbach im Bundesligaspiel genauso auf der Tafel stehen und haben uns drei Stück davon gefangen, damit das morgen nicht passiert, liebe Borussia aus Dortmund. Ja, bitte vermeiden. Oder sie lassen sich natürlich nicht ganz vermeiden. Das ist einfach, Fußball ist Kontaktsportart. Aber wenn wir Fouls ziehen, dann bitte so weit weg vom eigenen Tor wie nur möglich, weil dann sind die Standards einfach unbeherrlich. Ja, am besten am Tor von Sommer. Genau. Der aber gar nicht spielt. Tobi Sippel wird am Tor stehen. Ja, am Tor von Sippel. Genau, das hat Rose schon bekannt gegeben. Genau. Wir gehen jetzt zu guter Letzt auf unsere Tipps. Jawohl. Und da schauen wir mal drauf. Und ich kann sagen, seht ihr jetzt auch, die sind identisch. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist, ich denke, wir machen das schon nach 90 Minuten. Und Christian sagt, wir brauchen die Verlängerung dafür. Ja. Erspar uns das doch. Wir wollen ja alle früh ins Bett, Christian. Ja, also ich würde es mir natürlich wünschen, wenn wir ganz schnell 5-0 führen und das Spiel in der Halbzeit schon gewinnen, weil Gladbach aufgibt. Ja. Das wird aber nicht so kommen. Nein. Ich glaube, das wird ein enges Spiel. Pokalschlacht. Pokalschlacht. Sehe ich auch so, ja. Ich glaube, dass wir in der Verlängerung da das Happy End erzwingen. Und ihr seht es schon unter uns beiden. Diskutiert das gerne auch auf Instagram mit uns beiden. Was sind denn eure Tipps? Ja, schreibt uns da mal eine Nachricht. Kommentiert unter unseren Posts und interagiert da mit uns. Und wir sind gespannt, was ihr sagt. Das, wie gesagt, unsere Tipps. Wir gucken uns das morgen gemeinsam an. Ja, 20.30 Uhr. Christian hat es schon vorweg geschickt. Sind wir live. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, bitte Daumen nach oben. Oder wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Bewertet dieses Video. Wir würden uns sehr darüber freuen. Wer noch nicht abonniert hat, jetzt tun. Glocke aktivieren. Kein Video, kein Livestream verpassen. So sieht es aus. Und dann sehen wir uns, liebe Pölers-Bande, in alter Frische morgen beim Spiel. Bis denn. Ciao.